Oh, wer ist der komische Typ da? Warte mal, er kennt mich vielleicht, wenn ich folgendes mache. Dann starte ich Madison, I guess. Das wird bestimmt gut. Match a content warning. Disfollowing video again contains graphic. What? Graphic was? Grafik? Madison hat mich gebrochen. Pussy. Mich kann nichts brechen. Nein, ich greisch nicht. Warum sollte ich greischen? Ich habe keine Angst. Oh Gott, wer hat schon wieder auf den Türknauf gekackt? Hör auf zu heulen, halt die Schnauze. Hallo? Ey, ich will Teller, da hab ich's gucken. Was für ein Psychopath hat dieses Haus gebaut, Alter? Ich habe nur meine scheiß K... Was ist denn das? Interagieren. Oh, shit. This can't be happening. I'm fine. Was steht denn da? Zer, S, ne, was? Luca, what the fuck ist das? Wow, das ist skelettig. Ich sag's euch, die Prämisse ist, dass wir eigentlich ein Weep sind. Und wir haben bulgarische Campgirls zu viel geguckt. Hallo, warum muss ich seitlich gehen jetzt eigentlich? What the fuck, man? So. Oh, shit. Oh, I'm falling. I'm falling, guys. Oh, Teller. Oh, Rosenteller? Noch mehr Teller. What the fuck is that? What the fuck is... Oh, bruhu, es ist eine Uhr. Oh, der Horror jedes Zeitmanagements. Hilfe, Hilfe. Oh. Entschuldigung. Oh, shit. Ist das Opa? Opa, wie geht's dir? Was ist los? Aha. Oh, shit. Aha, Madison Hale twittert die eigene Familie. Hexenzeremonie. Okay. Bin ich in der Hölle? Uh, eine Kamera. Halten, um die Kamera zu verwenden. Uh. Uh. Und jetzt? Und was sehe ich? Eine Tür. Amazing. Oh, yo, I don't see shit. Oh, das ist jetzt so. Ja, ich sehe nichts. Oh, schau mal. Eine Uhr. Warte mal. Ey, wo ist meine Uhr? Motherfucker. Wo ist meine Uhr? Dieser Gang hier ist absolut ein bisschen wie Silent Hills. What? Uh. Oh, warte mal. Großvater, Großvater. Oh, mein Gott. Alter, jetzt muss ich nageln, oder was? Was für eine Scheiße. Oh. Bist du die Uhr? Uh. What the fuck? Uh, Nagel. Oh, hier wird genagelt, Boys. Nagel mir den Großvater. Oh, what the fuck. Uh. Gleich mal ein Foto machen. Komm her. Ah, scheiße, Mann. Toll. Nagel. Großvater, du kommst an die Wand. Du musst echt bessere Fotos von dir machen lassen. Das ist ja ekelhaft. Warum nicht? Was hat mir das jetzt geholfen, Alter? Hä? Ah, die Tür ist wieder. Ah, ja, die Tür ist da. Hallo. Rein damit. Oh, schau mal. Oh, Großvater hat mit dem Finger auf mich gezeigt. Schau mal, der hat den hier gemacht. Zieh mal am Finger. Okay, großartig. Wahrscheinlich bin ich der Antichrist oder sowas. Und die Frau hat ein satanisches Ritual ausgeführt, um mich zu erwecken. Meinde, Schwester. Mams Arm. Okay. Der hat's hat. Ja, aber da fehlen noch ein paar Körperteile, um den Transformer einzusammeln. Oh, what the fuck are you? Wer hat denn sowas im Haus, Alter? Stell dir vor, du gehst kacken nachts. Man, da steht so eine komische fucking Heilige Maria da. Oh, die ist nicht zu sehen. Creepy. Das schmeckt awful. Oh mein Gott, Opa, hast du richtig reingekackt, Alter? Do not use. Warum lässt du mich nicht kacken? Okay. Also passt auf Insekten auf. Insekten. Oh nein. Hör auf, um zu possulieren. Der ist ein Dämon, in dem wir haben keine Zeit. Schaben sind auch Insekten. Weißt du, was du schaben kannst? Die sind nass. Oh, wieder ein Loch. Das ist ja interessant. Oh, das Uhrenzimmer. Nicht zu verwechseln mit Opas Uhrenzimmer. Erstmal die Tür kaputt machen mit meiner Macht der Fotografie, Mann. Nimm das! Do not enter. Lass aufmachen. Oh, das ist der Brunnen. Oh, das ist ein Dämon. Oh, das ist ein Dämon. Oh ja, lass rein springen. Solide Idee. Ja, weißt du was? Natürlich gehe ich in den verschlossenen Brunnen, versiegelt durch teuflische Rituale. Klar, warum denn nicht? Gehen wir in diesen... Oh, ich bin wieder runtergefallen. Oh nein. Oh, wenn jetzt noch was im Wasser ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Oh, das ist red. Aha, das ist ein Officerfunk. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir den Soldat. Oh. Oh, ich wurde eingesperrt. Scheiße, ich kann nicht... Oh, meine einzige Schwäche, Sicherheitsabsch... Oh, scheiße, Sicherheitsband. Vielleicht fotografieren? Oh, ein Frog-Dom. Das ist ein Nacky-Boy. War ein guter Jumpscare. Ja, stimmt, das war ein guter Jumpscare. Oh, ein Bein. Ne, warte mal, das ist ja schon Bein. Und das Bein? Arm? Sag mal, das sind doch viel zu viele Beine hier. Sollten das nicht vier Leute sein? Das sind doch viel zu viele Beine, Alter. Hallo? Oh, shit. Uh, fliegende Beine. Ist ja cool. Uh, kann ich gegen das Ding laufen? Ja, ist ja gut. Jesus freaking Christ. Police Officer, are you okay? Ah, scheiße, schon wieder. Uh, uh. Schau an das. Schon wieder so ein Gruselwusel, Alter. Hör mal auf. Hallo, wer are you? Oh, Jesus fucking... Oh, Gott, jetzt hat sie mich. Oh, shit. What is this place? Ich nehmt die Tür dry. Ich nehmt die Tür dry. Weißt du was? Ich mach einfach alle Türen auf. Oh. Vielleicht war das nicht so schlau. Da kommen die ganzen Kakerlaken raus. Das ist die richtige Tür. Easy boys. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Oh, da müssen wir als nächstes sind. Hallo. Wo waren das? Das war links. Oh, die ist ja... Das ist aber nett. Wisst ihr noch, wo Juvia gesagt hat, das Spiel hat sie gebrochen? Schwach. Einfach nur schwach. Gut, vielleicht habe ich mich einmal erschrocken, aber das war außerordentlich. Uh, Opa. Alter, ist nur eine Zahl. Okay, ab diesem Satz höre ich auf zu lesen normalerweise. Egal, wer es geschrieben hat. Sobald es anfängt mit... Alter, ist nur eine Zahl. Das Gefängnis ist nur ein Haus. Oh, voll geil. Uh. Na, 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 na. Das arme Pluto. Ne, kein Pluto. Oh, wow. Maria? Sas? Kein Sas? Statuen bewegen sich normalerweise nicht. Ich bin jetzt kein Statuen-Experte, aber normalerweise bewegen sie sich nicht. Ey, ey, ey. Was wird denn das hier? Sind wir auf einem Date oder was? Shut up. Ich kriege nicht mal mit, was gruselig sein soll. Ist irgendwas passiert? Hast du irgendwas angestellt? I'm watching you. Don't blink. Nah. Oh, shit. Oh, shit. Okay, das ist Opa. Opa. Okay. Schnauze da drüben. Ich schaue Dias gerade. Irgendwas. Irgendwas passt nicht im Bild drauf. Könntet ihr mir sagen, was im Bild nicht passt? Irgendwas gruseliges passiert gleich. Ich sag's euch. Ich spüre das. I can feel it, Mr. Krabs. Ja, wir können jetzt bei Oma erstmal zu Hause reingucken. Aber, oh, warte mal, hier ist auch noch was. Opa wollte Oma kontaktieren, hat aber den Dämon kontaktiert. Opa, what are you doing, bro? Oh. 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 Mal auf. Es ist der Dämon. Komm rein. Komm. Ich empfange dich, Oma. Unhöflich. Unhöflich. God fucking damn it. Da. Ich hab ein Feuerzeug. Machen wir Licht an. Oh, da ist aber eine große Hand. Holy shit. Da hat aber jemand sehr männliche und große Hände. Da ist ein Handabdrücker und die Vanille. Shut the fuck up. Fucking idiot. Well. Gehen wir schön geradeaus. Oder gehen wir links. Hm. Hey. Oi, 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 oi. Oma, what the fuck? Hallo? Erstmal hinterfotografieren. Was ist der hinter? Okay. Hätte ich mir denken können. Hätte ich mir denken können. Hat mich trotzdem leicht erschrocken. Jetzt gehen wir nochmal links. Weißt du was? Ich gehe dir hinterher. Bitch. Uh. Der hat Unterhosen an, Alter. Der hat eine Unterhose an auf dem Kopf, oder? Scheiße. Ich hätte... Hey, hey, hey. Wow. Oma. Oma. Alter, hör auf mich zu schütteln. What the fuck? Stop fucking shaking my ass. Ich shake my ass selber, okay? Jetzt bin ich in der Mine. Oh, es sieht aus wie ein Grab. Uh. Hallo? Bin ich auf dem Friedhof? Das ist ein wirklich leistungsfähiges Feuerzeug. Ich sage es euch. Also. Das ist ein Blatt. Oh, schaut euch das Blatt an. Sind wir im Blattborn? Hey, lass mal die Kerzen noch machen. Wie habe ich hier? Oh, Graveyard. Brian Hernandez. Vogue. Pusher. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie... Das ist ein bisschen sass. Das Netter? Wie Netter ist das? Hallo Netter? What the fuck are you doing in my game? Ah, scheiße. Das sind die fucking Kickstarter-Unterstützer. Ah, fuck. Boah, ey. Vielleicht ist doch irgendwo... Hey! Blatt, erschreck mich nicht. Scheiße. Ich habe mich vom Blatt mehr erschrocken als im ganzen Spiel. Ach, du Scheiße. Tieferes Loch. Ich komme. Kick W, Ente. Kick W, sage ich nur. Sag mal. Wo oft fallen wir denn noch runter in diesem Scheißspiel? Uh, what is this? Kommunismus? Gott sei Dank, das ist doch der Mist. Yellow Candle. Was will ich mit einem fucking Yellow Candle? Warte. Warte. Vielleicht. Ich meine... Ich meine... Was wird Eliawald mit dieser Kerze machen? Option A. Er nimmt sie einfach und macht nichts damit. Option B. Er wird euch alle Fakten über Kerzenwachs erzählen. Option 3. Entschuldigung. Wer heult denn denn schon wieder? Ich komme gleich. Wollen sie die Beichte ablegen? Okay. Was haben sie getan? Haben sie GRZ nicht bezahlt? Aber jetzt bist du auch ein Mörder. Also, I don't know if... Näh, näh, näh. Okay, was ist denn jetzt... Ach, scheiße. Wir gehen jetzt denn da lang. Weißt du, was... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Hör auf jetzt! Hey, hey! Aua! Aua! Der Gasmask, Mann! Vielleicht darf ich nicht zu lange in einer, in einem Ding sein? In einer Zeit? I don't understand this. Shut the fuck up. Kann ich weg? So, ich verpiss mich hier. Okay, vielleicht ist eins von den Fotos irgendwie anders? Vielleicht ist einfach ein Dickpick an der Wand irgendwo. Oma, 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 Dickpick. Oma. What? What? Ne, ich schau jetzt hier. Ne, ich schlau jetzt rückwärts. Ich kann mir nichts. Ich kann mir nicht auffallen. Ne, fuck you guys. Ich gehe jetzt rückwärts. Oh. Das ist der Person. Hey, au, au. Hey, was der? Da geht mal einmal rückwärts, kommt der Hans schon wieder her und Stich penetriert sich in den Arsch. What the fuck, Mann? Hallo? Hallo? Oh, fucking Jesus fucking. So, wir laufen jetzt. Ja, ja, gruselig, wuselig. Hans, get the flamme, aber please don't. Mach die Tür zu. So. Oh, wir sind wieder im Haus. Nice. Die Erich. Oh, halleluja. Wir sind raus aus dem Bums. Was haben wir jetzt bekommen eigentlich? Schädel von Madison. Was soll ich denn mit? Kommt wieder Oma oder so? Oh, Telefon. Okay, ich lauf schnell. Es kann nichts Schlimmes passieren. Hallo, ich komme. Abkürzung durchs Badezimmer. Hallo? Ja? Ja? Ist das Opa? Bist du das? Ich habe schon lange versucht, dich zu kenne. Pflicht Thomas zu sprechen. Ah, Thomas. Thomas, altes Haus. Was ist los? Und die Wahrheit ist, die Wahrheit ist... Aha. Sie haben nichts mitgekriegt, Alter. So, was haben wir denn da? Der... Ich weiß nicht. In der Basement. Ah, okay. Ah, scheiße. Ich sehe gar nichts. Hey, ich sehe gar nichts. Hey, wo bist du? Madison, bist du da? Die griffeln doch bestimmt nach mir oder so. Jesus fucking Christ. Shut the fuck up. Musste es sein? Ich gehe wieder zum Licht. Nee, ich fühle mich unwohl. Wir kommen nicht aus dem Bums raus? Ich habe einen Körper. Was willst du von mir, Mann? Ich habe doch die Krober. Hui. Ah. Oh, der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Oh, Statue. Okay. Okay, das ist der Falsche. Die da? Kommt die jemanden näher oder was? Ich weiß gar nicht, was passiert. Oh, Scheiße. Wow. Okay, welche ist das? Hey, ich sehe nicht. Ich habe jetzt den Kampf nicht wirklich verstanden. Ich glaube, die kamen immer näher und ich habe immer die nächsten rausgeballert. Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr hatten? Irgendein Ruga-Buga, was auf mich anspringt. Der Ring. Der Ring. Der Ring, den sie in ihrer Diario erwähnt hat. Yes. Okay, ich habe den Ring und ich habe einen Schädel. Wir führen das Ritual aus. Meine Augen brennen. Mein Eis. Hör auf zu winseln. Oh. Ich öffne jetzt das Notizbuch. La, 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 Stuhl. Ich komme. Ist das Neko-Nomikon. Wo kamen die denn jetzt her? Uh, was haben die denn? Ring. Schädel. So was noch? Uh, oh, oh, oh. Critical Role. Body Exchange Ritual. Da sind zwei Männchen. Dann kommt eine Darmschlange. Wickelt sie um den Ring. Man braucht fünf Körperteile. Nee, mehr, mehr, mehr. Sieben. Man setzt den Schädel auf. Mhm. Und Asche. Oh, das ist aber ganz schön kompliziert, Alter. Oh, die weinen. Schau mal, wie die heulen, Alter. Ah ja, warte mal. Toilette. Oh mein Gott. Oh Gott, ich kann endlich kacken gehen. Hey, was ist denn da drin? Ist ein Betonklotz, oder was? Wie viele Mal muss ich dir sagen, dass es niemand in diesem Haus gibt? Ich bin fertig mit deinem Scheiß. Albert, hör auf mich. Nur ein Buch. Ein fucking Buch. Alles hat angefangen, den Tag, dass wir das fucking Buch in diesem Haus gebracht haben. Für die Verletzung, Elisabeth. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ein teufelsches Ritual durchzuführen, ich denke. Und jetzt? Ich habe dich schon tausendmal fotografiert, Bol. Mehr. 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 Mehr Infos. Drei. Ich kann da die Finger nicht füllen, ist egal. Mach einfach die Stranger. Es ist richtig gut zu masturbieren, die Stranger. Man legt sich auf seine Hand, bis die eingeschlafen ist und dann... Oh, ja, gar nicht. Oh, shit. Ist es die Lampe? Nee. Oh, what the fuck? Oh. Hammer. Bonk. Lass reingucken. Lass reingucken. Ashley Smith. 2001. The fuck is happening? You. Now we've done it. Klingelingeling. Hier kommt der... Ah, ja, Mann. Oh, was ist das denn? The fuck is that? Okay. Jetzt kommt sie. Mach euch bereit. Mach euch bereit. Mach euch bereit. I'm watching, I'm watching. I will photograph your ass. I will photograph your ass. Don't, don't you dare. Komm bloß mit meinen Aufstür. Bitch. Fucking. Fucking destroy your ass. Wo waren die Haustür? Weiß das nur jemand? Nee, ich höre auf. Sonst werde ich nicht fertig. Es ist schon wieder fast 12. So, guys. Wir beenden jetzt mal. Und ich schüge euch weiter. Und das nächste Mal machen wir fertig, glaube ich. Weil wir sind schon ziemlich weit gekommen, glaube ich. Und dann wird das teuflische Ritual durchgeführt. Und dann wird das teuflische Ritual.